Hast du schon die kleinen grünen Männchen sehen? Hast du, hast du, hast du die gesehen? Als Familie Lindemann morgens auf der Hausterrasse mit dem Frühstücksschmaus begann, hatte Daddys Untertasse schwupps ein grünes Nummernschild. Daddy war sofort im Bild, nahm die Tasse hoch und las. M und A, na klar, die kommen vom Mars. Papi, hast du wieder mal zu viel getrunken, oder? Hast du schon die kleinen grünen Männchen sehen? Die sind schön, ja die sind schön und sie haben alle grüne Jäckchen an. Alle Mann, ja alle Mann. Auf dem Kopf ein spitzes grünes Tütchen, als Hütchen, als Hütchen. Und die grüne Rötchen an der Behn, ja hat du, hat du, hat du die gesehen? Hast du, hast du, hast du die gesehen? Plötzlich geht ne Luke auf und ein Haufen grüne Männchen stürzt sich auf die Eier drauf. Eines rennt zum Kaffeekännchen, Daddy hat zuerst erkannt. Die waren Reiseproviant. Mutti guckt und denkt, sie träumt. Alles wird hier reizeputze aufgeräumt. Hast du schon die kleinen grünen Männchen sehen? Die sind schön, ja die sind schön und sie haben alle grüne Jäckchen an. Alle Mann, ja alle Mann. Auf dem Kopf ein spitzes grünes Tütchen, als Hütchen, als Hütchen. Und die grüne Rötchen an der Behn, ja hat du, hat du, hat du die gesehen? Hast du, hat du, hat du die gesehen? Alle stark mit offenem Mund, keiner kann die Sache fassen. Unterm Tisch, da knurrt der Hund, wohl die gar nichts übrig lassen. Luke zu und hopp und flutsch, ab die Post und Tasse futsch. Daddy fühlt sich angelackt, selbst den Harzer Roller haben sie eingesackt. Ja und, der Harzer stankt ihr doch schon immer. Hast du schon die kleinen grünen Männchen sehen? Die sind schön, ja die sind schön und sie haben alle grüne Jäckchen an. Alle Mann, ja alle Mann. Auf dem Kopf ein spitzes grünes Tütchen, als Hütchen, als Hütchen. Und die grüne Rötchen an der Behn, ja hat du, hat du, hat du die gesehen? Hat du, hat du, hat du die gesehen?